Hallo, ich bin der Ahmed, ich bin 19 Jahre alt, spiele beim FC Schalke 04. Letzte Woche habe ich mein A-National-Debüt für die Türkei gegeben. Meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin gebürtig hier aus Gelsenkirchen Bismarck. Ich habe mit drei mit dem Fußball angefangen und heute treffe ich meinen Bro Levent. Hallo, mein Name ist Müller Levent Mehrcan, ich spiele für den FC Schalke 04 und trage die Rückennummer 37. Ich spiele für die deutsche 20-Nationalmannschaft. Ich bin aufgewachsen in Recklinghausen und habe dort auch angefangen mit vier Jahren Fußball zu spielen. Ich habe im Käfig viel mit meinen Cousins oder mit meinem Papa Fußball gespielt. Meine Eltern kommen aus der Türkei, mein Vater aus Mersin und meine Mutter aus Adana. Ich habe immer hinten bei mir auf dem Hof gespielt und als ich dann beim Verein angefangen habe, war mir das egal, ob ich Training hatte. Ich bin dann direkt nach dem Training hinten bei mir auf dem Hof. Ich musste mich halt irgendwie durchsetzen und viele sagen auch, dass ich deshalb Profi geworden bin, weil ich so einen richtigen Willen habe, irgendwas zu gewinnen. Bei uns war das auch so. Nach den Trainingseinheiten sind wir einfach immer zum Bolzplatz gegangen, haben dort noch gekickt mit Freunden. Hattest du immer Lust auf Schule oder hat dich jemand dazu gezwungen? Natürlich hat man nicht immer Lust auf Schule, aber nach der Grundschule bin ich in Recklinghausen zur Realschule gegangen und bin bis zur neunten Klasse dort gewesen. Ich war jetzt nicht der beste Schüler, aber hatte eigentlich immer gute Noten. Mir war schon immer die Schule wichtig, weil mein Vater hat mir das so eingeprägt und hat mir auch Sachen gesagt, so wie wenn ich nicht gut in der Schule bin, dass ich dann nicht zum Fußball gehen darf und dass ich dann abgemeldet werde, habe ich dann auch mein Abitur gemacht. Und ja, mir war es einfach wichtig, auch ein zweites Standbein sozusagen zu haben und auch eine B-Option und nicht nur an Fußball zu denken. Wie war es für dich, dein A-Nationalmannschaftsdebüt zu geben für die TK? War halt schön, das erste Mal im A-Nationalmannschafts-Trikot aufzulaufen. Und eigentlich war ich ja für die U21 in dem Lehrgang komplett gedacht. Aber dann kam abends unser Betreuer und hat gesagt, ihr müsst jetzt direkt rüber zur A-Nationalmannschaft. Wir waren vier Spieler, die hin durften. Ich durfte sozusagen 85 Minuten spielen. Ich war mit der deutschen U20-Nationalmannschaft weg. Wir hatten auch ein Spiel gegen Portugal, was auch sehr gut verlaufen ist. Du hast ja aber beide Staatsangehörigkeiten, oder? Ja, ich habe beide Staatsangehörigkeiten. Da ich jetzt mein A-Nationaldebüt gegeben habe, darf ich nicht mehr wechseln. Und ja, lange war das halt für mich auch ein Thema. Ich habe nachgedacht halt viel, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich will halt für die Türkei spielen. Wie wurdest du aufgenommen? Oder ich wurde super aufgenommen, ehrlich. Die größeren Brüder, wir nennen es ja immer Brüder, Abi sagen wir. Die haben mir dabei geholfen, direkt auch im Spiel direkt drin zu sein. Und da gibt es halt nicht, ob du halt aus Deutschland kommst, aus Italien, aus Frankreich oder so. Da ist es egal. Würden deine Eltern eigentlich beides akzeptieren? Egal, welche Nationalmannschaft du wählst? Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern, meine Familie überlassen das komplett mir. Ja, bei mir haben die auch sozusagen meine Entscheidung akzeptiert. Das war ja sozusagen für die Türkei und nicht irgendwie gegen Deutschland. Das ist ja eigentlich für uns ein bisschen komisch, weil wenn wir hier sind, hier leben. Natürlich, wir sehen uns auch als Deutsche und auch als Türken. Aber hier werden wir für die Ausländer sozusagen gehalten. Und wenn man dann rüber in die Türkei geht und dann, sag ich mal, da ein bisschen Urlaub macht, dann wird man da ja auch, genau. Da sind wir auch die Ausländer. Wenn dann halt Leute fragen, was bist du eigentlich wirklich? Da gibt es ja bei uns nicht so eine Sache, die wir sind. Also wir sind ja, erstmal sind wir Mensch. Das ist das Wichtigste. Und die Sache ist ja, wir sind nicht nur Türken, wir sind auch nicht nur Deutsche. Also wir sind sozusagen beides Gemisch und viele vertauschen das halt, dass die hier sagen, dass wir Türken sind und drüben sagen die, ihr seid ja eigentlich Deutsche. Ja, wir sind hier aufgewachsen, aber wir können jetzt uns nicht konkret entscheiden. Man kriegt ja auch auf Instagram voll vieles mit. Also nur weil zum Beispiel jetzt ich mich für die Türkei entschieden habe, schreiben ja Leute, ja warum nicht für Deutschland? Aber wenn ich halt für Deutschland sozusagen gespielt hätte jetzt, dann hätten mich die Türken benachrichtigt und gesagt, warum spielst du nicht für die Türkei? Das ist doch dein Land. Für mich Zuhause ist eigentlich der Ort, wo ich aufgewachsen bin oder wo ich geboren bin, wo ich meine Kind- oder Jugendzeit verbracht habe. Das ist für mich, sag ich mal, mein Zuhause. Viele Leute sagen ja immer, ihr Zuhause ist die Türkei, Deutschland, aber eigentlich ist ja das Zuhause da, wo man aufgewachsen ist und es kein bestimmtes Land. Und eigentlich ist es besser, dass man das so betrachtet, anstatt zu sagen, ja was ist denn deine Heimat eigentlich jetzt richtig? Ja und wir Deutsch-Türken können dann halt sagen, dass unser Zuhause, sag ich mal, hier in Gelkirchen Bismarck ist bei mir und bei dir halt in Rettnerhausen. Manche sagen halt so, ja bist du Türke oder bist du Deutscher? Und ich finde das schade, weil das ist ja egal woher du kommst, welche Hautfarbe du hast, welche Haarfarbe du hast, welche Klamotten du trägst, ist ja eigentlich ganz egal. Hauptsache du bist ein guter Mensch. Ja.